ja hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten video mal wieder bei clash royale wir eröffnen jetzt sofort diese slipper tour und ja da ist geil nichts besonderes drinnen ich habe ein bisschen gespielt so wie man hier sehen kann eins will gewonnen eins will verloren heute reden wir über den twitter oder im englischen kreppjahr als ein zauber ein legendärer zauber erst vor 20 skelette hat ein fünfer radius jede halbe sekunde erscheint ein skelett und diese skelette sind level 9 er kostet 5 elixir und ja also für 5 elixir 20 skelette kannst du eine skelettung benutzen aber das ist halt der vorteil bei denen weil es ein zauber ist kann sie überall hinsetzen das ist praktisch nicht wie sie das skelettermäer der erst durchschreiben lassen muss sondern so ist praktisch die konnten elf tage hinzu dann gibt es neun legendäre insgesamt mir fehlen noch achte wenn er rauskommt ja ihr seht schon mir fehlen noch 655 55 dann bin ich schleppel 10 ja wir machen jetzt soll ich meine große herausforderung starten ja es geht große herausforderung let's go wir haben unser deck es geht auch schon los ja gegen leile wach der häusen train ich glaube so wie der schon heißt ja der hat gleiche deck wie ich zum angreifen nubi 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 aber alles noch okay das machen wir nämlich genau so ein problem ist dass er die sachen wie es aussieht schon ja da du noch ein kampf holt wenn sie jetzt gleich verlieren sollte das wäre ärgerlich sonst noch gegen den lachter ja hoffentlich verlieren wir nicht jetzt kommt er so das können wir aber alles abwehren keine sorge alles halb so wild jetzt machen wir das easy ah mann wieso hat denn der alles zum abwehren das ein konterdeck das was meiste mit wie ich aber ein konterdeck ich denke das ist ein chest opener deswegen hat er auch kampfholz meiner ich bin so nubi ich bekomme aus einer legendären truhe eine epische das wärs noch gewesen aber ich mein mal bloß ja gut ich wollte komplett gleich angreifen wie der ab jetzt mal wieder versaut der gegner blöder alles halb so wild hat er das auch noch gemacht ab dafür haben wir jetzt gefüßt ähm das sieht für uns gut aus weil ihr bekommt man kann man bis zu 1100 karten bekommen wenn alle alle zwölf gewinnt wenn ich das schaffen würde das wäre genial das denke ich habe ich zwar nicht aber egal machen wir jetzt so alles gechillt setzen wir das so hin und alles ist gut ja alles ist gut jetzt wird der noch rasiert jetzt kriegen machen wir den hier weg alles ist gut so viel schaden macht er uns jetzt nicht von daher machen wir noch als ob der jetzt das für ein abfahrt egal so jetzt müssen wir das hier bissel durchmachen bitte macht den entferne turm weg bitte macht den einfach den scheißen ach so da ist schon weg ja gleich ersten kampf geworden das richtig gut schon mal 30 karten kiste und nächster angriff ich bin recht aufgeregt es hat mich schon dort jubeln gekostet da muss einfach was gutes dabei sein weil 30 karten kann ich genauso gut eine konto öffnen ohne juwelen dafür auszugeben so er hat schon mal das gewastet von daher können wir jetzt ein bisschen pushen so jetzt haben wir schon mal das das ist uns jetzt egal relativ dann haben wir das der hat auch wieder zwei legendär dafür hat er aber das kampfholz und das ist schlecht meiner meinung weil ich kenne kein gutes deck mit dem kampfholz ja machen wir das gleich mal so macht uns jetzt nicht viel schaden ach die sind level 9 ich denke mal die sind wieder level 10 aber sind sie ja dann schlussendlich nicht ja gut das haben wir noch mal gut abgewehrt glück gehabt glück gehabt haben wir noch mal glück gehabt so jetzt steppen wir hier an der stelle und als ob da eine lakai überlebt hatte das ist ein hacker lakai auf jeden fall so der wird auch weggemacht weggemacht wie das klingt der kommt hier hin der turm ist easy weg dann gönnen wir uns auch noch diesen turm hier das ist uns jetzt relativ egal wir haben den turm wenn wir jetzt noch mal gewinnen sollten das wäre natürlich ober cross ich glaube so dass ich hoffe es dass wir gewinnen sollten da haben wir schon mal 50 karten das werden wir jetzt wohl hinkriegen hier jawoll das sieht auf jeden fall echt gut aus das kannst du jetzt auch entspornen junge ich hole das teil weg hier 50 karten truhe auf jeden fall schon mal richtig geil ja 3500 gold und 50 karten ein angriff riskier ich auf jeden fall noch 35 karten 85 karten wären das dann ich habe bestimmt gar keine chance in der level 9 ist noch in der arena 9 ja das sieht doch schon auf jeden fall mal scheiße aus da haben wir schon fast 1000 schaden gemacht von daher geht es ja mal noch aber ich habe jetzt keine ahnung wie ich dagegen vorgehen sollte deswegen füßen wir den jetzt ach da ist der holz füllen ja jetzt ist der holz füllen auch vorweg hoffentlich wird das jetzt nicht unsere erste niederlage ja gut 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 alles alles im reinen alles ok oh unser turm gar nicht bemerkt mensch so jetzt ist er gepuscht der hat eine elektronpumpe gesetzt also ja als ob na äh ja brauchst du verteidigen doppel legt hier sollten wir den eigentlich kriegen das hoffe ich auf jeden fall mal ansonsten sind wir ziemlich am arsch so jetzt haben wir das falsch gesetzt weil der mega lakai angegriffen wird jawoll aber wir der turm müsste gleich unsere sein ne doch nicht schade 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 äh wie machen wir das jetzt äh der spammt auf jeden fall einfach bloß elende der hat zwei riesen zwei holzfäller das hat er schade 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 ja aber besser als wir es war ein gutes spiel er soll auch gar nicht so blöde lachen ähm gut eine niederlage haben wir da bedanke ich mich fürs zusehen ciao leute